Heute beginnt sie unsere Entdeckungsreise durch Niedersachsen, wo bei uns kann man so richtig gut Urlaub machen. Ja, und den ersten Hinweis haben wir schon per Videobotschaft von Johanna bekommen. Hallo Jens, ich habe gehört, du bist in Niedersachsen unterwegs. Dann schau doch mal bei uns im Amsterdam vorbei. Dann zeige ich dir, wie vielseitig unsere Region ist. Und ich verspreche dir, du kommst richtig ins Schwitzen. Im, am und auf dem Wasser. Joa, Schwitzen ist jetzt eigentlich gar nicht so meins, aber Wasser, das klingt hervorragend. Also, auf ins Emsland. Meine erste Reise führt mich ganz in den Westen Niedersachsens. Das Emsland liegt direkt an der niederländischen Grenze und ist von der Fläche her der größte Landkreis Deutschlands. Den will mir heute meine Reiseführerin Johanna Lübers vorstellen. Und die treffe ich in der Kreisstadt des Emslandes, Meppen. Hallo. Hallo. Johanna. Hi Jens. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Vielen Dank. Ich freue mich, sehr hier zu sein. Ich freue mich, dass ich dir heute unsere Region zeigen darf. Was man hier alles sehen kann, wie erlebnisreich der Tag heute wird. Und ich verspreche dir, du kommst ins Schwitzen. Ich bin sehr gespannt. Also mit anderen Worten, man kann im Emsland hier richtig zwei Wochen Urlaub machen. Ja, im Emsland kann man zwei Wochen Urlaub verbringen oder auch länger. Man kann sechs Wochen Fahrrad fahren und jedes Mal eine andere Tour erleben. Man kann aber auch einfach nur die Kultur genießen, die Mentalität der Leute kennenlernen. Dann bin ich sehr gespannt auf das Programm, das du zusammengestellt hast. Womit fangen wir an? Anscheinend Radfahren? Ja, genau. Wir starten mit dem Radfahren. Das ist meins? Das ist doch wunderbar. Das ist deins, genau. So. Ich folge dir. Oh. Tschüssi. Links, rechts, wo? Links. Eins wird mir bei unserer Tour schnell klar. Das Fahrrad ist das optimale Fortbewegungsmittel im Emsland. Und zu sehen gibt es dabei auch jede Menge. Ob in Meppen selbst, im Marienpark Emsland, wo man campen kann oder Ferienhäuser direkt am Wasser mieten. Oder einfach entlang der Ems, der Hase oder des Dortmund-Ems-Kanals. Einfach schön. Also was mir schon mal ausgesprochen gut gefällt, ist, dass alles schön ebenerdig ist, schön flach. Da fahre ich ja am liebsten so Rad. Ja, dann würde ich sagen, bist du bei uns im Emsland genau richtig, weil bei uns ist eigentlich eine Flachlandgarantie. Wir haben 3.500 Kilometer ausgeschildertes Radwegenetz und davon 2.100 Kilometer Radwegenetz, was jetzt unabhängig von unterschiedlichen Routen. Wir sind auch im Ranking von der ADFC Radreiseanalyse in diesem Jahr auf Platz 2 der Top Ten. Also es ist immer für uns wirklich so ein Qualitätssiegel, worüber wir uns auch jedes Jahr wieder freuen. Wie weit ist der noch? So langsam? Wir sind angekommen. Also ich kann nicht mehr, aber... Wir sind angekommen. Ja? 100 Meter noch. Unser Ziel ist die Lea Pünte. Die einzige noch existierende seilgebundene Fähre auf der befahrenen Ems. Das ist ja stark. Wollen wir euch überbringen? Ja, gerne. Wir würden gerne mal mit. Früher, hat Johanna mir erzählt, wurden mit der kleinen Fähre Bauern und ihr Vieh zu den Weiden transportiert. Heute hauptsächlich Touristen und Radfahrer. Hiermit also macht man das jetzt so. Ist das so eine Tradition hier? Hat man so früher übergesetzt mit dieser Technik? Ja, um das Seil nicht immer mit den Händen anpacken zu müssen. Und da hat man diese Klötze erfunden. Wir nennen die Staulbein oder Stuhbein oder Zugholz. Wie lange gibt es schon solche Ferien hier im Emsland? Ist das schon so etwas Traditionelles? Hier ist eine gewesen, eine historische. Die ist 1965 eingestellt worden. Die Fahrt. Weil es nicht mehr lohnt und die wurde auch betrieben vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Um hier die Bürger zur anderen Seite zu bringen. Und die Tradition wollten wir jetzt fortsetzen und haben wir das wieder aufgegriffen und neue Pünte bauen lassen. Was muss ich machen? Ja, hier eingreifen und dass sich das verklemmt. Also verklemmt so oder was? Ja. Und jetzt? Und jetzt ziehen. Jetzt läuft es wieder hinten hin. Oh Mann, okay. Ja. Hier. Oh, das muss schon anstrengen eher. Verhakt, verhakt. Und wieder hier rein, Mann. Okay. Da war Radfahren ja leichter. Ja. Ja. Also, okay. Ah ja, da wäre ja schwimmenleichter gewesen. Und dann macht ihr den ganzen Tag, wa? Und wenn da jetzt einer kommt? Das schaffen wir dicke. Wenn da jetzt einer kommt. Geschafft. Eigenhändig habe ich die Pünte mit über die Ems gezogen. Doch auf der anderen Uferseite erwartet mich schon meine nächste Aufgabe. Hallo. Moin. Hallo. Hier wird einmal das Püntenpatent abgelegt. Aha. Das heißt, wir machen eine kleine Prüfung, damit ihr auch püntentauglich seid, sozusagen. Um sein Püntenpatent zu bekommen, muss man insgesamt fünf Aufgaben absolvieren. Darunter Seemannsknoten stecken, Rettungsringe werfen oder Fische fangen. Am Ende bestehen wir, aber man munkelt. Hier wäre auch noch niemand durchgefallen. So, ihr beiden, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt alles bestanden. Danke schön. Und dafür gibt es von uns einen Lea-Pünten-Hut. Wow. Gute Fahrt. Danke schön. Danke schön. Hütst du dich so aus? Ja, danke. Du auch. Tschüss. 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 Also, sobald wir um die Ecke sind, würde ich den wohl absetzen wollen, den Hut. Weiß einfach nicht, ob der mir steht. Gelb ist nicht meine Farbe. Doch, steht hier super. Zu unserem nächsten Ziel nehmen wir dann doch wieder den Wagen. Denn hier werden wir all unsere Kräfte brauchen. Am Hedersee kommt nicht nur echtes Urlaubsfeeling auf. Hier steht auch eine der modernsten fünf Mast-Ski-Anlagen der Welt. Und genau die sollen Johanna und ich heute ausprobieren. Jens, jetzt kriegst du kein Zurück mehr. Und go. Letzte Einweisungen gibt es vom Anlagenchef Christoph Cafier. Hier drückt die Beine nicht durch, sondern hier lässt du die Beine angewinkelt. Oberkörper leicht vorne. Dann seid ihr Richtung erste Kurve unterwegs. Das war's, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich muss jetzt noch einmal eben viel ganz kurz. Nicht so weit. Drei, zwei, eins, los geht's. Wenn ich so weit komme, bin ich zufrieden. Drei, zwei, eins, los. Das war ordentlich, oder? Ich glaube, ich war ganz schön weit. Nee, das war's nicht. Schnell müssen Johanna und ich lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel, dafür aber schon ordentlich ins Wasser gefallen. Angeber. Es braucht etwas Zeit und Hartnäckigkeit. Doch dann, schließlich, nach ein paar Versuchen und vielen geschluckten Litern Seewasser, hat Johanna so langsam den Dreh raus. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Jawohl, Schakka, du schaffst den. Jawohl. Er fährt. Jawohl. Na ja, immerhin. Wir sind gefahren. Wir sind gefahren. Ein bisschen zumindest. Ich dachte, du warst gut, aber ich? Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War besser. Und ich würde sagen, ich komme noch mal wieder her. Das macht echt Spaß. Und irgendwann schaffe ich das auch mal, um so viel besser zu werden. So, das hat riesig Spaß gemacht, aber auch wirklich, wirklich angestrengt. Ja, ich würde auch sagen. Also jetzt hätte ich gerne so ein bisschen was ohne viel bewegen, so was ruhigeres. Ja. Hast du da was im Angebot? Ja. Wow. Cool. Die Mini-Welten Laten lassen das Herz eines jeden Spielzeugfans höher schlagen. Auf einer Fläche von 260 Quadratmetern finden Besuche über 20 Themenwelten. Alle gebaut mit den Figuren eines bekannten deutschen Spielzeugherstellers. Diese haben es den Besitzer der Mini-Welten Jürgen Eden schon seit Jahrzehnten schwer angetan. Alle Figuren hier gehören ihm. Ich hatte ganz viel auf dem Dachboden stehen. Und irgendwann war das so viel, dass ich überlegte, was machst du da jetzt mit? Verkaufe ich das? Weil Spielen in meinem Alter ist kein Ding mehr eigentlich. Aber eben Sammler schon. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, eigentlich müsste man das der Öffentlichkeit zugänglich machen. Habe natürlich lange hin und her überlegt. Habe auch erst ein bisschen gegoogelt, ob ich vielleicht einer der einzigen verrückt bin. Aber es gibt Gott sei Dank mehr verrückte Leute. Über 3.000 Figuren und über 300 Fahrzeuge sind hier liebevoll arrangiert und aufgebaut. Und ständig entdecken wir neue Details und überraschende alte Relikte. Unser Ball. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da kommen wirklich viele, viele Kindheits-Ernerungen. Ich wiederhole, ich sehe so viele Sachen, mit denen ich auch gespielt habe. Also ich könnte auch stundenlang hier bleiben. Aber ich glaube, wir müssen auch weiter. Ich schaue gerade auf die Uhr und ich glaube, wir müssen zum nächsten Ziel. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Schön, dass ihr hier wart und kommt gerne nochmal wieder. Das machen wir. Weiter geht's. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja, wir hatten jetzt einen tollen Tag im Emsland. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich. Und da gehen wir jetzt mal hin. Oh, ich bin gespannt und mag Überraschungen. Aufregend. Wir fahren Bahn. Ja, wir fahren jetzt wieder Feldbahn. Wir sind jetzt hier beim Moormuseum in Gehste. Und nachdem wir schon so einen erlebnisreichen und actionreichen Tag hatten, kommt jetzt der gemütliche Schluss und wir genießen die Landschaft und das Moor. Bin ich total bereit für. Kann losgehen. Kann losgehen. Ach. Die Feldbahn stammt aus der Zeit, als hier im Emsland noch Torf abgebaut wurde. Früher war hier ein Hochmoor. Mit der Bahn wurde damals der abgestochene Torf zu den Fabriken gefahren. Heute können Besucher auf der drei Kilometer langen Strecke die Natur genießen und viel über die Moore des Emslandes lernen. Das ist ja ein Wahnsinn, wie die Landschaft hier hat. Kann vorbeischießen. Mit der gemütlichen Bahnfahrt endet mein Tag im Emsland. Das war schön. Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat bei uns, Jens. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Vielen Dank für diesen tollen Tag. Es war wirklich abwechslungsreich, hat richtig viel Spaß gemacht. Man muss sagen, hier im Emsland kann man es gut aushalten. Junge, Junge, was für ein langer, spannender und toller Tag hier im Emsland. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, hier kann man wirklich seinen Urlaub gut verbringen oder einfach mal fürs Wochenende kommen. Nächste Woche sind wir dann in einer anderen Region in Niedersachsen und da wird es bestimmt auch spannend. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ciao.